Hallo zusammen, ich bin es mal wieder und willkommen zu einer Sonderausgabe von Tobi Quasselt, nämlich zu meiner Besprechung, meiner Meinung vor allem zu dem eigentlichen Ausgang, den, den wir bis jetzt so kennengelernt haben in Form von zwei großen Cinematics, wobei groß übertrieben, aber die beiden muss man in dem Sinne als Ganzes betrachten, die letztlich eben den Ausgang für Battle for Azeroth ausmachen sollen. Das soll wahrlich das Ende der Expansion sein. Das soll das Ende dafür darstellen, für eine Entwicklung, für eine Storyline, die sich seit zwei bis drei Expansions in dem Sinne jetzt durchzieht. Und natürlich muss man dazu sagen, dass es mal wieder einen Shitstorm gibt in den sozialen Netzwerken, in den Foren. Und ich kann es diesmal in gewisser Weise nachvollziehen und trotzdem möchte ich in Form dieses Videos etwas ansprechen, was vielleicht der eine oder andere kurz erläutert, aber ich glaube, was ein bisschen zu, vielleicht irgendwie auch ein bisschen zu negativ gesehen wird. Dennoch bin ich der Meinung, wenn es jetzt so kommt, wie sie es jetzt präsentiert haben, ist das leider ein unrühmliches Ende für, und das muss man einfach sagen, wenn man sich die gesamte Perception, also die gesamte Wahrnehmung der Spielerschaft anschaut, für ein, ja eigentlich gefailtes Addon. Vielleicht sogar viele beschreiben es als das schlechteste Addon von World of Warcraft überhaupt. Sehe ich nicht so. Aber es hat halt wirklich sehr, sehr viele Fragezeichen schon in vielen Bereichen, auch in verschiedenen Patches gegeben. Und wenn das wirklich das Ende ist, ohne dass noch irgendwie was kommt, dann muss ich sagen, befinden wir uns, so trau ich es sich auch anhören mag, storymäßig zumindest auf einem Niveau von Game of Thrones Staffel 8. Und das ist etwas, was man eigentlich nicht hören möchte, wenn man sich mit dem absoluten Lieblings-MMORPG in dem Sinne beschäftigt, was eben für viele extrem wichtig ist. Und bevor ich jetzt anfange und wirklich darauf eingehe, irgendwie, was passiert eigentlich am Ende, was sehen wir da, warum sind denn die Leute so, so, ja schon fast so erzürnt, warum ist jemand wie Noble die, also ja die, die, die Lore-Figur überhaupt im Internet, warum musste er lachen? Also warum hat er das irgendwie nicht ganz ernst genommen, das Ganze? Bevor wir darauf oder bevor ich darauf zu sprechen komme, möchte ich allerdings noch etwas ansprechen, was mir sehr wichtig ist. Denn das wird meine Wahrnehmung in gewisser Weise ein bisschen verfälschen, beziehungsweise dadurch gibt es eine gewisse Änderung oder einen gewissen anderen Blick im Vergleich zu Themen, die ich gerade so in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahren oder so teilweise dann eben im Serien, aber eben auch im Spielebereich, in dem ich dann besprochen habe, die mich eben beschäftigt haben. Man kann auch sagen, vielleicht die mich irgendwie auch, ja, in gewisser Weise vielleicht sogar ein bisschen verärgert haben. Von daher komme ich auf etwas zu sprechen, was in der Form bei World of Warcraft bei mir relativ selten so war. Denn in 8.3 ist es erstmal so, dass ich relativ viel Distanz zu dem Patch habe. Das heißt, ja, ich spiele den Patch gerade so ein bisschen seit jetzt Sonntag, wir haben jetzt Mittwoch, heute ist der Raid rausgekommen in der heroischen Version. Nächste Woche kommt der Mystic Raid raus, da geht es eben also wieder um World First und so weiter und so fort. Und natürlich interessiert mich das auch. Und trotzdem ist es so wie, ein bisschen wie in 8.2, aber in 8.2 war es noch ein bisschen krasser. In 8.2 war ich, was heißt ein bisschen krasser, in 8.2 war ich noch mehr in dem Sinne im Geschehen drin. Und 8.3, dadurch, dass ich jetzt ziemlich viel Classic gespielt habe und auch gerade auch nicht so die Zeit habe und auch nicht wirklich die Lust habe, mich zu sehr damit zu beschäftigen, gibt es eine viel größere Distanz, was mich anbelangt, im Hinblick auf dieses Thema. Und ich finde, wenn man mit ein bisschen mehr Distanz rangeht, dann kann man auch einige Aspekte, gerade einige Aspekte der Cinematics oder dieses Geschehens auch ein bisschen nüchterner in dem Sinne hinnehmen und sich vielleicht in dem Sinne auch nicht so sehr emotional damit identifizieren. Das ist auf der einen Seite natürlich schlecht, auf der anderen Seite gibt es dadurch eben Möglichkeiten, die ich wahrscheinlich, wenn ich jetzt so wie früher eben komplett im Verlauf drin gewesen wäre, mit Raid, mit Raid-Vorbereitung, mit Rekrutierung und so weiter und so fort, die ich weitaus anders vielleicht irgendwie gesehen hätte. Aber letztlich ist es so, dass ich einfach diesmal mit viel mehr Distanz an die Sache rangehe und mich deswegen das zwar in gewisser Weise interessiert, aber nicht so, dass es irgendwie sich so mächtig anfühlt. Ich bin in dem Sinne einfach weiter, raus gerade. Und dadurch hat, muss ich einfach sagen, haben beide Cinematics auf mich persönlich nicht diesen Impact, wie zum Beispiel im letzten Jahr eben, was heißt im letzten Jahr, ja im letzten Jahr, das Finale der Game of Thrones Serie. Denn da war es für mich so, da habe ich jede Folge in dem Sinne geliebt beziehungsweise gehasst. Und da war ich einfach so drin, dass mich das einfach, so blöd es klingt, da hat mich eine gewisse Story-Entwicklung einfach so mitgenommen, dass ich teilweise auch Tage später noch darüber nachdenken musste, darüber Videos gemacht habe. Und das hat mich einfach wirklich fertig gemacht. Sowohl teilweise positiv, aber vor allem negativ. Und jetzt ist es so, World of Warcraft hat gerade in BFA extrem gute Cinematics und dem sind rausgehauen. Also sprich, Blizzard. Die haben teilweise abgeliefert. Gerade die gesamte Geschichte oder die gesamte Präsentation der Geschichte rund um Sofeng war teilweise grandios. Wir befinden uns hier auf einem absoluten Top-Niveau, was das Story-Telling anbelangt. Nur, man hat eben auch gesehen in BFA, dass Blizzard irgendwann auch nicht mehr genau weiter wusste. Ich habe immer davon gesprochen, und das war für mich schon in der Alpha schon zu sehen, dass ich nicht genau wusste, in was für eine Richtung das Ganze gehen soll. Du hattest keinen roten Faden. Du hattest viel mehr so Nebenschauplätze, aber du hattest nicht dieses eine große Thema. Du hattest einfach nicht diesen bösen Endboss oder irgendwie das, worauf es letztlich eben hinauslaufen wird. Sondern du hattest irgendwie so, ja, da passiert was. Und auf Sunderla, das ist ganz wichtig. Und dann vielleicht eben auch auf Kultiras. Aber das war irgendwie alles so, es war irgendwie so gegeben. Man hat es gegeben, als gegeben wahrgenommen. Aber es war, es hat sich letztlich einfach nicht so greifbar angefühlt. Und diese Nichtgreifbarkeit in dem Sinne, das heißt dieses, ja, so ein bisschen diffuse, das zieht sich, finde ich, auch in 8.3 gerade extrem durch. Also 8.3 ist für mich ein Patch, den ich spiele ja gerade ein bisschen, den ich eigentlich mag. Gameplay-mäßig finde ich ihn gut. Ich mag die Vision, also die Visions of Nesos, also sprich diese Vorstellung, dieses, ja, Solo-Szenarios, beziehungsweise eben auch Fünf-Mann-Szenarios mag ich. Aber es ist nicht dieses, wow, das ist dieser eine Moment, das ist dieses super Feature, das ist das, was mich so mega krass irgendwie mitnimmt, beziehungsweise was mich einfach auch pusht, wo ich immer wieder reingehen will, was ich immer wieder in dem Sinne erleben möchte. Das liegt eben daran, wie ich gesagt habe, dass ich eben auch viel mehr Distanz habe. Wenn du eben gerade nicht raidest, wenn du in dem Sinne gerade nur so ganz casual-mäßig spielst und für meine Verhältnisse ist das, was ich gerade mache, sehr casual. Und in 8.2 war ich auch sehr casual drauf für meine Verhältnisse. Das heißt, kein Raid, kein irgendwie, ich muss jetzt aber pushen und ich muss jetzt das Gear haben und die Halskette muss so und so weit sein. Nee, eben, ja, ich mache das so, mache so ein bisschen mein Ding, sammle ein bisschen Bantic Gear in 8.2 und jetzt zum Beispiel mache ich halt ein paar Worldquests für eine bessere Waffe oder so. Aber so ganz gechillt, das ist eine ganz andere Idee oder ein ganz anderes Spielgefühl letztlich. Aber eben ist es in 8.3 einfach so, dass es vom Gameplay her sich gut anfühlt. Aber warum ich 8.3 unbedingt spielen wollte, auch wenn es vielleicht zeitlich eben etwas schwieriger ist und auch wenn ich eigentlich durch Classic vor allem nicht mehr so den Bezug dazu habe, also teilweise mich gefühlt habe, ja, so am Sonntag irgendwie, was ist das hier nochmal, wie genau läuft das hier ab, ach ja, so war das noch in der Story, also ich musste in dem Sinne nochmal ein bisschen mich wieder, ja, reinarbeiten, wenn man das so sagen möchte. Aber die 8.3-Story, das war das, was mich am meisten fasziniert hat. Das ist das, was ich sehen wollte, weil die Division, also die Visions, die habe ich mir auf dem PTR schon mal irgendwann letztes Jahr angeschaut. Die waren ganz nice to have, aber mehr eben auch nicht. Also wenn du ein paar Mal reingehst, dann hast du das Feature in dem Sinne erlebt. Dann kannst du vielleicht nochmal ein paar Mal in Raid reingehen, ob jetzt Normal oder AC ist egal. Und da hast du eigentlich den Großteil des Patches gesehen. Aber ich wollte in dem Sinne wissen, wie sie 8.3 so umsetzen, dass es am Ende einfach alles als sehr stimmig und letztlich eben auch als verständlich rüberkommt. Und meiner Meinung nach ist das hier, naja, in gewisser Weise gegeben. Also die Story jetzt am, wann war das, am Sonntag und auch am Montag ein bisschen gespielt habe, das heißt ein bisschen, aber auf jeden Fall durchgespielt habe, war ich so, okay, das ist eigentlich ganz cool. Und es gab immer so Momente, da habe ich gedacht, ja, das haben sie eigentlich gut gemacht. So Uldum, hier Vail of Eternal Blossoms und so, das sieht ja alles ganz gut aus. Und das ist ja eigentlich auch stimmig. Und gerade Magni hat mir gefallen, seine Art. Auch die Action, wenn man sie so nennen möchte, war auch eigentlich alles Bombe. Aber letztlich, auch hier vielleicht aufgrund der Distanz, hat es mich auch nicht so vom Hocker gerissen, bin ich ehrlich. Meine Vögel haben mal wieder ihre fünf Minuten, ihr kennt das schon, wenn ihr meine Videos hört. Tut mir leid, aber sie sind nun mal einfach so drauf. Aber, was entscheidend ist, 8.3 ist von der Story nicht schlecht, aber 8.3 ist für mich einfach kein episches Finale. 8.3, der Ausgang, so wie wir ihn jetzt angesprochen haben, und ja, ich gehe da gleich dann explizit drauf ein, das ist sowas, was man sagen würde, also als Schulnote würde ich sagen, das ist so eine nette 2-, wenn man so will. Von mir aus auch eine 2-0 oder sowas. Das nimmt man gerne mit, das ist gut, das ist nicht schlecht, das ist hochwertig gemacht, aber das ist auch nicht so, dass du denkst irgendwie, warum ist das so? Warum kommt das genauso vor? Warum handelt Ration so? Warum machen wir das Ganze? Warum ist Anduin so drauf? Und so weiter. Sondern, ja, ist ganz nett, passt in dem Sinne, kann man machen, passt irgendwie zur Story, aber, ja, so wirklich Gedanken drum will ich mich eigentlich, also ich will mir da nicht wirklich Gedanken drum machen, mich kümmert das jetzt nicht so wirklich. Und ich finde, das liegt nicht daran, dass sie das schlecht irgendwie umgesetzt haben, weil wie gesagt, die Story, wie sie es gebracht haben, diese fast 2 Stunden oder über 2 Stunden, ähm, finde ich an sich ganz gut. Die haben da teilweise ein bisschen zu lange ausgeholt, warum man dann irgendwie dann erstmal dann, ähm, zu sehr irgendwie in diesem, ich sag mal, in diesem Hinter-Daily-Grind-Gebiet, warum man das irgendwie zu sehr irgendwie ähm, erleben muss. Während der Story fand ich ein bisschen, das hat sich so ein bisschen so angefühlt, ja, okay, jetzt wissen wir es langsam, können wir jetzt auch mal wieder zur Story zurückkommen. Weil, wenn ich da ankomme und der sagt mir irgendwie, ja, das und das passiert, dann gehe ich nach Uldum und dann komme ich nach Uldum wieder zurück und hier heißt es ja, das und das ist passiert. Okay, das hätte man ein bisschen, also wenn, zum Beispiel gerade bei Serien und Filmen sagt man, dass Pacing ist in dem Sinne nicht stimmig oder ist vielleicht etwas zu langsam, ist etwas zu, ja, behäbig. Ähm, das könnte man hier vielleicht angreifen. Und trotzdem fand ich die Story so, dass ich gesagt habe, ja, das ist echt nett gemacht. Aber aufgrund der Distanz war es nicht so, wow, Hammer, ich bin voll dabei, sondern, ja, nett. Ähm, aber eher nett im Positiven, als dass ich das jetzt irgendwie negativ assoziieren möchte. Aber jetzt kommen wir mal, das war jetzt eine Art Einleitung, jetzt kommen wir zurück zu dem, was ist eigentlich passiert. Und es ist das passiert, was eigentlich jeder gedacht hat. Denn diejenigen, die sich ein bisschen damit beschäftigt haben, die wissen, dass Wowhead schon, ich glaube, im Dezember 2019 schon Videos veröffentlicht hat von Blizzard, die waren in dem Sinne im PTR, ähm, im Data Mining verfügbar. Und das waren in dem Sinne genau die Cinematics, die wir jetzt, also zumindest das Endcinematic, was wir jetzt gesehen haben. Da gab es in dem Sinne noch keine Musik und es gab nicht diese, diese Untermalung und es sah alles noch ein bisschen mehr Placeholder-mäßig aus. Aber im Großen und Ganzen war es genau das. Aus diesem Grund verstehe ich auch nicht, warum sich gerade so viele Leute darüber aufregen, denn es war relativ abzusehen, dass genau das in dem Sinne das Ende ist. Und Wowhead hat da, wie gesagt, schon vor Wochen, wenn nicht Monaten darüber berichtet. Und trotzdem fühlt man sich irgendwie so, dass man sagt, ja, aber das kann nicht das Ende sein. Blizzard denkt sich am Ende noch was anderes aus. Das kann nicht das Ende sein. Und jetzt habe ich mir gerade ein Video von, ähm, Kraft angehört und von Nobble. Und ich finde, die bringen das ganz gut auf den Punkt. Nobble war so ein bisschen, ja, erschüttert schon fast. Der hat gedacht, was passiert da gerade? Dieser Beam irgendwie, Kamehameha-Style? Ist das wirklich WoW? Passt das wirklich zu Warcraft? Passt das zu Blizzard? Naja, man muss sagen, die ganzen Kritiker würden jetzt sagen, es ist genau in dem Sinne das Niveau, was BFA von Anfang an hatte. Das heißt, sie enden auf dem Niveau, mit dem sie begonnen haben. Nämlich auf einem ziemlich schlechten Niveau. Kann man so sehen, aber dazu später dann mehr. Und Kraft wiederum hat das in dem Sinne ähnlich so erläutert und meinte auch so, ja, aber das ist nicht Blizzard-Style. Das kann nicht sein. Das ist nicht das Ende. Und ich habe mir jetzt auch gerade, ich habe jetzt heute Morgen irgendwie so im Zug, habe ich dann ein bisschen irgendwie mal in den Foren gelesen. Das habe ich seit Monaten nicht gemacht. Und was fällt auf? Da gibt es Leute, die kritisieren. Es gibt Leute, die machen sich darüber lustig. So, macht den Motto, lo, 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 das ist ja irgendwie Lord of the Rings in dem Sinne, ähm, Wiederholung. Ja, die machen nichts anderes als irgendwie die Bekämpfung von Sauron und N'Zoth ist hier Sauron. So. Oder zum Beispiel, ähm, der, der Angriff von, äh, Rathion dann auf, äh, Carapace auf N'Zoth, also sprich auf den vorletzten Boss, also auf den ersten Teil des Encounters. Das sieht in dem Sinne aus wie Arya. Spoiler, Game of Thrones, falls noch nicht geguckt, bitte aufpassen. 30 Sekunden, weghören. Spoiler, ähm, wie Aryas in dem Sinne Action, wie sie letztlich den, äh, Night King besiegt hat. Und das sieht halt, wenn man so möchte, wirklich danach aus. Es ist halt, es ist so ein bisschen Fremdschämen dabei. Das muss man einfach so sagen, auch wenn ich noch so sehr eben auch, ähm, Dissert-Fanboy bin. Das sieht danach aus, so nach dem Motto, wir wissen nicht genau, was wir bringen sollen. Also machen wir etwas, was, ja, vielleicht nicht unbedingt gut angekommen ist, aber sieht zumindest gut aus. Also sprich hier, äh, Style over Substance, wenn man so möchte. Sieht gut aus. Story-mäßig ist es vielleicht eher plump, ähm, und ob es den Fans gefällt, ist auch eher so die Frage. Aber jetzt mal ehrlich, aus Blizzard-Sicht, sie wissen, dass dieses Addon in dem Sinne bei den meisten Leuten extrem durchgefallen ist. Warum sollen sie sich jetzt, auch von der Story her, so viel mehr Gedanken machen, wenn sie wissen, dass das Addon eigentlich Geschichte ist? Ich glaube, für Blizzard ist in dem Sinne das Ding durch und sie fokussieren sich schon seit längerer Zeit extrem einfach aufs nächste Addon. Shadowlands soll sowas sein wie bei Star Wars Episode 8 hin zu 9. Das heißt, die meisten haben Episode 8 gehasst oder viele auf jeden Fall. Was hatte also in dem Sinne dann Disney vor, beziehungsweise Lucas Films, ähm, die wollten in dem Sinne, dass dann halt Episode 9 wiederum dann die, die es so gehasst haben, irgendwie wieder zufriedenstellen. Dass es wieder so ein gewisses schönes Ende in dem Sinne gibt. Ich habe es sehr kritisiert, weil ich der Meinung bin, ja, das ist eigentlich nur Fanservice und das ist in dem Sinne kein, wir trauen uns nichts, das ist kein, ja, keine Fallhöhe. Allerdings ist es, glaube ich, hier mit Shadowlands ähnlich. Ich glaube, sie werden auf Shadowlands, also gerade im Hinblick auf Shadowlands, werden sie versuchen, gameplaymäßig zumindest so eine Art Legion 2.0 zu präsentieren. Das habe ich schon relativ früh gesagt, das ist mein Gefühl auf der Blizzcon, also während der Blizzcon Präsentation gewesen. Die wollen einfach, dass die Leute sagen, ja, guckt mal, so war das in Legion, das hat uns doch gut gefallen und dieser Tower zum Beispiel ist doch sowas ähnliches irgendwie wie zum Beispiel eben diese Artifact Challenge. Und, ähm, diese Vision wiederum, die Visions of Nesos oder diese Visions gerade irgendwie dieses Hauptfeature von 8.3 ist meiner Meinung nach einfach nur der Versuch, dass man die Spielerschaft ranführt, so wie eben das Hauptfeature, das Haupt von mir das Solo-Feature in Shadowlands eben aussehen wird. Das heißt, sie versuchen in dem Sinne irgendwie BFA zu beenden, damit es, ganz krass gesagt, nicht komplett beschissen rüberkommt. Aber der Hauptfokus liegt nun mal mit großem Abstand auf Shadowlands. Sie haben mit BFA letztlich abgeschlossen. Und ich glaube auch, dass man sagen kann, sie haben auch von der Story her mit BFA abgeschlossen. Und trotzdem bin ich hier bei Craft. Craft meint, es kann letztlich, wenn man sich gerade Blizzard anschaut, das ist nicht das Niveau vom Blizzard, so kann das Ganze nicht ausgehen. Das kann nicht die letzte Cinematic gewesen sein. So nach dem Motto, wir haben über die gesamte Expansion, haben wir in dem Sinne so eine Art irgendwie Spielchen gespielt. Wir als die Helden waren dafür da, um in dem Sinne erstmal uns gegenseitig zu bekriegen. Dann waren wir in dem Sinne dazu da, um genau diesen Krieg zu beenden. Dann waren wir dazu da, um von N'Zoth ausgenutzt zu werden. Dann wiederum wurden wir von Ashara ausgenutzt. Wir wurden von Sylvanas ausgenutzt. Wir waren in dem Sinne als Helden, waren wir eigentlich nur so mittel zum Zweck. Wir hatten keine wirkliche Bedeutung. Es ging nur noch darum, dass wir irgendwie in dieses Zwischenspiel, in dieses Schachspiel, von mir aus auch in dieses sehr perfide Spiel eben zwischen den großen Mächten, in dem sie kommen, die Titanen und eben die alten Götter hier vor allem, eben auch die Void, wenn man so möchte. Aber wenn es das wirklich ist, wenn das das Ende von BFA darstellt, dann frage ich mich, ist der Zweck dahinter, dass Blizzard es so ähnlich macht wie bei Game of Thrones Staffel 8? Und hier spoiler ich jetzt mal nicht weiter. Ich meine damit, dass sie einfach versuchen, das so schnell wie möglich zu beenden. Dass sie sagen, wir machen das Ganze in dem Sinne so schnell wie möglich fertig. Wir wollen zum Ende kommen, egal wie. Das Ding wird wird jetzt einfach beendet. Und ob das den Fans, ob denen das gefällt oder nicht, ist uns erstmal egal. Wir wissen, dass Shadowlands in dem Sinne für uns den Hauptfokus darstellt. Wir machen das Ding zu. Und wir machen es irgendwie so, dass die Spieler sagen, ja, ist ganz nett. Ist nicht komplett epic, ist aber auch nicht komplett scheiße. Mit diesem Cinematic wiederum, nicht unbedingt mit dem ersten Cinematic. Das finde ich persönlich sehr hochwertig. Aber mit dem End-Cinematic, da glaube ich, haben sie sich ein extremes Eigentor eigentlich geschossen. Denn das ist weder epic, das ist nicht episch, das ist nicht irgendwie etwas, was auch irgendwie so hängen bleibt, sondern das ist etwas, was, ja, man wird vielleicht so sagen, so ein bisschen wie damals der Hinweis irgendwie als es um die Raiden-Stunts in Rasulichkin ging. Hier, Trides of the Crusader, also Prüfung des Kreuzfahrers oder so. Auf jeden Fall dieser Raid, der in dem Sinne vor Icecrown Citadel stattfinden sollte. Und da hat es sich ja auch so angefühlt, so nach dem Motto, die, ja, die wissen nicht genau, was sie machen sollen, also packen sie einfach irgendwas hin und dieses irgendwas hinpacken, das ist dann der Content. Und die Spielerschaft wird das schon irgendwie so hinnehmen, weil, ähm, es ist ja sowieso nur der, der Übergang hin zum eigentlichen Raid. Es ist kurz vor Lichking und damit halt der Lichking bekämpft werden kann, muss man in dem Sinne diese Prüfung durchführen und dann kam eben Annoyal Barak dazwischen und hat da eben sein eigenes Ding rausgemacht. Beziehungsweise Lichking hat dies eben bewerkstelligt. Aber es hat sich damals schon so angefühlt, dass Blizzard eigentlich nur etwas schnell irgendwie raushaut. Ohne irgendwie Leidenschaft, es hat sich so angefühlt, ja, hier habt ihr was, lebt damit und, ähm, kommt irgendwie damit klar und das Epische, das kommt eben dann zum Schluss. Und genau hier sind wir bei dem Punkt, das Epische. Ich kann, kann mich an kein Addon erinnern, was gegen Ende nicht irgendwie, zumindest von der Story, einen wirklichen Impact hatte. Etwas, was einen, ähm, mitgenommen hat, was einen irgendwie, ähm, gefesselt hat. Selbst wenn Wards of Drenner für viele, viele Spieler extrem negativ assoziiert wird. So ist doch zumindest das Ende extrem gut. Wir haben das eben mit Archimod nochmal zu tun gehabt. Und auch vor allem mit Gul'dan. Dieses irgendwie, Gul'dan wird, ähm, weggeschleudert. Er kommt in eine andere, ähm, Zeitlinie, also wieder in unsere Zeitlinie und aus dem Paralleluniversum und dann geht's eben dann letztlich in Legion eben genau in unserer Zeitlinie weiter. Aber hier ist es so, man sieht einfach nur wie ein Strahl, so wirklich Kamehameha mäßig, also wie bei Dragon Ball Z, wenn man so möchte, wird eben auf dieses unfassbar starke Wesen, auch wenn es wieder heiß ist, ja, es ist ja, es ist ja eigentlich nur der, der schwächste aller, ähm, alten Götter. Aber dieses, trotzdem ist es halt eine SOS. Es ist halt, es ist ein Wesen, es ist, es ist, das ist der Grund, warum, ähm, warum Neltarion zu Deathwing geworden ist. Das ist der Grund, warum in dem Sinne vieles, gerade in BFA, genauso gekommen ist. Eine SOS hatte einen Masterplan von vornherein. Er wusste, dass auch Ashara am Ende gegen ihn ziehen wird. Er wusste, dass er sich auch Ashara, ähm, auf Ashara gesehen niemals auf sie verlassen wird. Dass sie immer in dem Sinne versuchen wird, ihn zu stürzen. Das heißt, es war ihm alles bewusst. Und jetzt soll man, in dem Sinne, dadurch, dass man Azirid gesammelt hat, indem man, ähm, innerhalb der Storyline, also innerhalb dieser, dieser größeren Kampagne jetzt in Anfang 3, indem man dafür gesorgt hat, dass eben die Möglichkeit besteht, dass eben jetzt, ähm, dieser riesige Strahl eben jetzt aufkommt. Jetzt soll man mit diesem einen Strahl, soll man dieses riesige Wesen, dieses unfassbar mächtige Wesen, ein, wie es Nobel sagt, ein, ein Old God, ähm, das meint er irgendwie, on the loose. Also sprich, der jetzt wirklich, der, der kennt keine Fesseln mehr. Der ist entfesselt. Der ist in voller Macht. Ist der in dem Sinne in Nialota gerade, ähm, verfügbar? Das ist sein Reich. Und er greift uns in dem Sinne über unsere Gedanken an. Und dieses Wesen, dieses so mächtige Wesen, das soll man mit einem Strahl besiegen können. Also ich persönlich glaube, dass wenn es so kommt, also es gibt, glaube ich, zwei Szenarien. Wenn es so kommt, dann kann man sagen, ja, Blizzard will einfach ähnlich wie bei Game of Thrones. Die bringen das Ganze zu Ende, egal ob es den Leuten passt oder nicht. Das ist denen völlig egal. Die machen ihr Ding, die, ähm, wenn man so will, nehmen den Shitstorm mit. Und die wissen halt, dass sie mit Shadowlands am Ende einfach alles wieder eben, ähm, zum Guten hinbekommen werden. Oder zumindest zum Besseren. Und trotzdem glaube ich, dass das Blizzard-Style nicht sein kann. Das erste Mal seit langer Zeit glaube ich, dass diese, dieses Cinematic, was wir da zu Gesicht bekommen, nicht das wirkliche End-Cinematic ist. Ich glaube nämlich, und es gibt genug Hinweise darauf, dass wir uns auf eine Mythic-Only-Phase von Nezoss gefasst machen müssen. Wir werden es in ein paar Tagen sehen. Dann, wenn, ähm, wenn Masset oder wer auch immer, welche Gild auch immer, eben vor dem Boss steht. Und ich glaube, dass es in Richtung Corruption gehen wird. Also ich glaube so eine Art irgendwie, dass die World Soul, also in dem Fall die Weltenseele, Azeroth, Azeroth, dass die in gewisser Weise angegriffen wird. Wie auch immer Blizzard das letztlich darstellen möchte. Und ich glaube, dass genau das passieren wird, nachdem wir diese Cinematic jetzt gesehen haben. Das heißt, der Strahl, ähm, trifft Nezoss und man sieht in dem Sinne, wie sein, wie Nialothar zerfällt und wie letztlich eben auch diese Hülle in dem Sinne zerspringt. Aber wir haben ja innerhalb der Cinematic nur in dem Sinne dann diese Explosion gesehen. Und noch nicht mal eine Explosion, sondern eher so ein riesiges, ähm, wie soll man es sagen, so ein riesiges Licht, was in dem Sinne aufkommt. Und danach war das eigentlich ja zum Großteil ausgeblendet. Dann sieht man ja nur, wie in dem Sinne alles so ein bisschen zusammenfällt. Wir sehen, wie das Auge in dem Sinne zerbricht und so weiter. Wir sehen, wie Nialothar in dem Sinne zerstört wird. Aber die Frage ist, wenn es zu einer Mystic-Only-Phase kommen soll. Wann findet die statt? Jetzt gibt es mehrere Varianten. Es kann sein, dass diese Mystic-Only-Phase, wie ich gesagt habe, direkt nachdem dieser Strahl, in dem sie auf Nezoss, ähm, geschossen wird, passiert. Oder dass es eine Art Alternative dazu gibt, dass wir als Spieler, beziehungsweise, ähm, Magni, dass wir gar nicht dazu kommen, diesen Strahl, in dem sie auf Nezoss eben schießen zu können. Das heißt, dass wir vorher eigentlich schon unterbrochen werden. Und das genau hier, in dem sie dann diese, diese besondere Phase eben, ähm, einzieht und, beziehungsweise anfängt. Und dass wir dann vielleicht in irgendeiner Form, ähm, wie auch immer, eine korrumpierte Weltenseele zu Gesicht bekommen. Wie auch immer das aussehen mag. Man könnte sich vorstellen, dass sie es ähnlich machen wie bei Argus damals. Das heißt, dass, ähm, wir vielleicht so eine weibliche Titan-Version zu Gesicht bekommen. Und, ähm, dass wir es mit der irgendwie zu tun haben. Also ein bisschen wie bei Argus. Das heißt, ähm, das ist die Titan-Seele, aber es ist eher eine Projektion davon, wie auch immer sich das vorstellen mag. Aber ich kann mir bei aller Liebe, und da bin ich wirklich bei Craft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich das Ende ist. Weil, Blizzard baut über Jahre einen Charakter auf, der so mächtig ist, der so viel in dem Sinne, ähm, bezweckt hat, beziehungsweise verursacht hat. Und dieser so mächtige Charakter soll dann innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar Minuten irgendwie, Bossfight besiegt worden sein. Jetzt kann man sagen, ja, aber Ashara ist ja auch schnell besiegt worden. Ashara war ja auch mega mächtig. Ja, aber Ashara ist ja letztlich nicht gestorben. Warum? Weil eine Soss sie in dem Sinne dann wiederum, äh, zu sich gezogen hat. Und sie wird ja, in Nialotha wird sie ja in dem Sinne, sie wird ja gefoltert. Und, ähm, so viel weiß ich in dem Sinne, dass, ähm, es darum geht, dass sie wiederum sagt, so nach dem Motto irgendwie, ihr müsst mit Xalatas, mit diesem Dolch, müsst ihr eine Soss zerstören. Ich kann es nicht. Ihr müsst es machen. Und in dem Fall ist es dann eben Ration, der dann eben diesen Jump macht, ähm, und, ähm, damit eben diesen Carapace, ähm, 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 ja, diesen, diesen ersten, die erste Phase von einer Soss in dem so einleitet. Und wir es eben dann mit den Schergen zu tun haben und so eine Art irgendwie, äh, Multi-Dot-Fight irgendwie oder Multi-Target-Fight eben zu Gesicht bekommen. Und hinterher findet dann eben der Hauptkampf dann eben in eine Soss-Selbststadt. Also, das ist ja die, die Idee dahinter. Aber, Craft hat etwas angesprochen und ich finde, und, ähm, das kann ich auch sagen, weil ich es jetzt auch auf Twitter gelesen habe und Pyramancer geht in so eine ähnliche Richtung. Ihm ist etwas aufgefallen. Und ich glaube, er hat davon gesprochen, dass ihm etwas aufgefallen ist im Hinblick auf dieses, also auf Acerid selbst. Man muss sich vorstellen, Acerid besteht eigentlich zu einem Großteil eigentlich, wenn man so möchte, aus der Macht Sageras. Das heißt, es ist, ähm, sowohl die Macht Sageras, aber eben auch letztlich, ähm, sowas wie das Blut von Acerod. Also sprich, das Blut der Titanenseele, der Weltenseele, wie auch immer man das eben ansprechen möchte. Das heißt, Acerid ist eine unfassbare Macht. Und wir haben bis jetzt Acerid eigentlich immer eingesetzt und es war nicht irgendwie, also keine Ahnung, ich wüsste jetzt keinen Moment, wo Acerid mal wirklich etwas Positives bewirkt hat. Es hatte immer, immer irgendwie was Negatives. Es hatte immer irgendwie so eine Art Nebenwirkung. Und ich bin sehr auf das Video von Pyramancer gespannt. Ich denke mal, er wird es auch heute noch hochladen. Und ich, äh, ich glaube persönlich, dass er darauf eingehen wird, dass durch diesen Strahl eine SOS in dem Sinne eher vielleicht so empowert wird. Dass es darum geht, dass eine SOS vielleicht genau das eben in dem Sinne bezwecken wollte, dass wir ihn eben mit genau dieser Macht noch weiter ausstatten. Das heißt, dass das, was wir innerhalb des Cinematics sehen, dass das, es ist ja komisch, dass wir dann nicht sehen, wie er wirklich komplett stirbt. Wir sehen ja eigentlich nur, wie in dem Sinne dieser, dieser Körper, in dem so ein bisschen auseinanderfällt und er wird, äh, er fällt zur Seite in dem Sinne hin. Und dann sehen wir ja nur, wie Nia Lothar zerstört wird. Aber die Frage ist halt wirklich, zerstören wir wirklich Nia Lothar oder ist das in dem Sinne etwas, was nur danach aussieht? Nia Lothar hat da meiner Meinung nach eben die Möglichkeit, aufgrund der Mystic-Only-Phase, dass sie, ähm, hier so eine Art irgendwie Alternative eben, ähm, anbieten. Von daher glaube ich persönlich, dass Acerid hier etwas, nicht nur, ähm, etwas Bejahendes, etwas Positives mit sich bringt, sondern eher eine Gefahr für uns selbst darstellt. Denn, und Kraft wiederum, muss man sagen, er geht jetzt von etwas anderem aus. Ihm ist nämlich aufgefallen, dass wenn Ration in dem Sinne, bevor der Encounter losgeht, Ration springt ja mit Xalathas in die Luft in dem Sinne und rammt dann Xalathas in dieses Carapace, also sprich in diesen Panzer von Nesos. Und dann ist ihm aufgefallen, das hat er sehr gut in dem Video gezeigt, dass irgendwie Essenzen dann aus diesem, diesem Panzer in Xalathas reingezogen werden. Und jetzt muss man halt wissen, dass in Xalathas selbst, in dem Dolch, ist ja gar nicht mehr dieses Wesen drin, dieses, ähm, was so aussieht wie so eine, ähm, wie eine Void-Elf. Sondern die ist ja in dem Sinne ja schon, das haben wir dann eben, ähm, bevor wir zu Unat gekommen sind, die ist ja befreit worden. Das heißt, der Dolch selbst hat eigentlich gar keine Macht mehr in, in sich drin. Aber wenn, wenn es sein könnte, wie es Craft sagt, dann entziehen wir genau eben, oder entzieht Ration genau eben, ähm, Nesos irgendwie die Macht. Könnte also bedeuten, dass, selbst wenn es so aussieht, dass Nesos in dem Sinne tot ist, dass Nesos in Form von Xalathas verfügbar ist. Das heißt, er hat in dem Sinne so eine Art irgendwie, ähm, 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 so eine Art Speichung in dem Sinne geschafft, dass er für sich genommen einfach überhaupt nicht weg ist. Sondern dass das vielleicht, ähm, so seine, seine, seine Exit-Strategie in dem Sinne darstellt. Das kann sein, das muss nicht sein. Ähm, es sieht aber stark dann aus, dass da wirklich irgendwie so Essenzen reingezogen werden. Und wenn man genau hinguckt, und das hat er auch gut gezeigt irgendwie in einem Video, sieht man auch, wie Ration in dem Sinne gerade empowert wird. Also man sieht wirklich, dass auch mit Ration, also mit Furorion, in gewisser Weise irgendwas passiert. Und ich habe ja schon immer gesagt, und die meisten, die, ähm, meine Videos nicht angehört haben, die wissen das. Furorion bzw. Ration war für mich immer ein Charakter, das ist kein guter. Das ist sowas wie ein Anti-Held, wenn man so möchte. Man kann dem nicht komplett vertrauen. Und auch wenn Anduin und, ähm, er in dem Sinne, wenn die sehr vertraut wirken, es gibt ja eben auch diesen Meme, so nach dem Motto, die beiden sind schwul und die werden Pärchen oder was auch immer. Aber letztlich geht es darum, dass Ration seit Mists of Pandaria, der hat uns ja auch, ähm, gerade in, ähm, Wars of Draenor, der hat uns, der uns, hat uns beobachtet. Ähm, wenn ihr euch erinnert, ähm, das war in, Moment, wo haben wir es hier? Draenor. Das war hier in Talador, ähm, Sangara, genau, hier. Und da war ja vor allem auch viel von der Kampagne eben zu sehen. Und da war Ration, in dem Sinne, versteckt, saß der eben oben drauf, das weiß ich noch, das hat Venian damals angesprochen, schon, ich glaube, während der Alpha war es, glaube ich, schon, und hat uns beobachtet. Das heißt, das ist ein Charakter, dem wir nicht komplett vertrauen können. Und so ein Charakter, der jetzt in dem Sinne mit dieser Macht, falls es wirklich so ist, ausgestattet ist, also mit dieser, mit der, mit dieser Macht von Nesos, das kann etwas sein, was für uns nicht gerade gut ausgeht. Es kann in dem Sinne sein, dass Nesos vorhatte, weil er wusste, dass Xalatas eine große Gefahr für ihn darstellt, weil er Asshara vorhatte, ähm, ihn eben genau mit Xalatas eben zu töten. Das war Assharas Plan. Und sie hat, er hat in dem Sinne genau das eben verhindert, dass er genau das wusste und dass er in dem Sinne versucht, eben in diesen Deutsch zu gelangen und in dem Sinne vielleicht in Form von Rathion vorzubestehen und jetzt abzuwarten, und das ist etwas, was Kraft auch angesprochen hat, ähm, abzuwarten, was passiert. Denn diejenigen, die sich ein bisschen damit auskennen, und ich bin da wirklich kein Experte drin, deswegen verlasse ich mich vor allem auf die, die eben Ahnung davon haben, und das sind eben so Leute wie Paramence, wie Kraft, wie Noble, es ist ja so, dass, ähm, die Void, also sprich, wir haben die Leere, wir haben eben auch den Tod, so. Und, ähm, wir haben dann die Zitan, das heißt, wir haben ganz viele extreme Mächte innerhalb des Universums. Und für die Void, für die Leere, für die alten Götter, ist es von unglaublichem Vorteil, wenn die Burning Legion, das heißt die brennende Legion, ähm, ja, geschwächt ist. Das heißt, dadurch, dass Sageras, auch wenn ich das nicht glaube, hier vor allem wieder Pyramidzer-Anhänger und so weiter, wenn wir davon ausgehen, dass in dem Sinne jetzt erstmal die Burning Legion nicht zurückkommt, weil eben Sageras da eingesperrt ist, und weil Illidan sich darum kümmert, und wie auch immer, ist das für die alten Götter ja eben genau das Gute gewesen. Das heißt, die alten Götter haben ja davon profitiert, dass eben genau dieses Schwert von Sageras eben in dem Sinne ja, ähm, ähm, in Azeroth selbst, in die Planetenseele eben gerammt worden ist. Das heißt, sie profitieren davon, sie, sie, sie brauchen vielleicht sogar genau diese Aktion. Und sie profitieren noch mehr davon, wenn jetzt zum Beispiel der Tod, der Tod als die andere große Macht im Universum, wenn der jetzt in Form von Shadowlands eben auch in gewisser Weise besiegt wird. Heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass in Shadowlands jetzt der Endboss dieser, dieses, ähm, dieser Jailor ist, ob jetzt Sylvanas das wird, wie auch immer, abwarten. Jailor, weiß ich auch noch nicht, ob der wirklich das Böse ist, oder ob Blizzard uns versucht, so eine Art irgendwie, äh, Red Herring-mäßig in eine bestimmte Richtung zu leiten. Aber wenn wir auch, wenn wir davon ausgehen, dass trotzdem der Tod in irgendeiner Form besiegt wird, dann ist das für die alten Götter immer noch ein Vorteil. Und es gibt eben noch genug Hinweise darauf, dass die alten Götter, in dem Fall Nuzos, ähm, aber, also Ksuzun, aber eben auch, ähm, Jokstaron, dass die weiterhin bestehen. Die sind nicht einfach tot. Wir wissen nur von Yasharaj, dass der ja wirklich dadurch, dass, ähm, Amantul ihn damals in dem Sinne aus, ähm, dem Planet rausgezogen hat, wirklich, ähm, rausge, ja, rausgegrabscht hat, wenn man so möchte, wissen wir, dass eigentlich nur, nur Yasharaj tot ist. Aber, ähm, hier Ksuzun und, äh, Jokstaron, die, die sind irgendwie noch vorhanden. Die sind nicht weg. Das heißt, für die ist alles, was passiert, alles, was mit der Schwächung von dem, der Planetenseele zu tun hat, ist für die von unglaublichem Vorteil. Und von daher würde es auch Sinn machen, wenn Nesos sagen würde, okay, ich versuche mich in dem Sinne jetzt, also ich bin so gut wie tot, wenn man so möchte, und ich versuche in irgendeiner Form zu flüchten, und wenn es nur so ist, dass ich in Form, ähm, dieses Deutsches vorhanden bin, und dieser Deutsch wiederum Einfluss hat, zum Beispiel eben auf Ration, oder vielleicht auch auf andere Charaktere. Ähm, es kann also sein. Das heißt, ich persönlich bleibe dabei, und das ist jetzt so eine Art irgendwie jetzt, ähm, Abschluss, ähm, Bemerkung, ich bleibe dabei, das Ende, was uns präsentiert worden ist, ist nicht, ähm, das, was, ähm, Blizzard in dem Sinne kann. Und genau aus diesem Grund kann ich mir vorstellen, dass die Music-Only-Phase uns ein Cinematic noch präsentieren wird, und es gibt wirklich viele Anhänger von dieser Theorie, wir werden es ja in ein paar Tagen dann wissen, ähm, und dass wir genau in dieser Mystic-Only-Phase eben vielleicht so eine Art Corrupted World Soul eben zu Gesicht bekommen. Das heißt, wir sehen, dass der Einfluss der alten Götter in dem Fall von N'Zoth eben de facto vorhanden ist, und dass alles, was in diesem Sinne jetzt passiert ist, eigentlich schon, ähm, ja, nicht mehr wirklich verhinderbar ist. Das heißt, sowohl, was eben passiert ist, durch den, ähm, durch die Aktion von Zagas, aber eben auch dadurch eben, was jetzt auch durch den Krieg eben auf Azeroth selbst eben passiert ist. Ich persönlich glaube, das ist nicht das Ende. Ich glaube, dass Blizzard versucht, diesen Shitstorm erstmal auf sich zu nehmen, und zu sagen, wir warten die paar Tage ab, sollen sich doch die Leute darüber aufregen, und dann kommt der große Reveal in Form dieser Mystic-Only-Phase. Egal, ob es eine Cinematic gibt, oder nicht. Irgendeiner hat es in die, ins Forum geschrieben, ähm, ins allgemeine Forum von, ähm, World of Warcraft. Das wusste ich gar nicht. Der hat nämlich reingeschrieben, dass für Blizzard, die hätten das wohl auch bestätigt, dass die Ereignisse in dieser mythischen Phase, dass das Kanon ist. So, was heißt das Kanon in dem Fall? Das weiß wahrscheinlich, der meinten, wissen die meisten, aber ich erkläre es nochmal. Kanon heißt, dass das für die Lore, also für die Hintergrundgeschichte, für das, worauf sich letztlich die gesamte, ähm, Storyline eben auch, ähm, ja, worauf die fußt, das, was wir in dem Sinne auch eben als, ähm, als die Chronicles, als die Chroniken wahrnehmen, dass das in dem Sinne hier Kanon ist. Das heißt, dass das, was in der mythischen Phase passiert, tatsächlich eintus hat auf die Zukunft der Geschichte von Warcraft. Heißt also, wenn jetzt, sagen wir mal, tatsächlich Nesos irgendwie überlebt oder empowert wird oder was auch immer und wir das eben in dieser Mythic-Only-Phase eben zu Gesicht bekommen, dass genau das wiederum auch ein Hinweis sein könnte, dass Nesos zurückkommt. Und dieses Zurückkommen würde dann Sinn machen, wenn wir denken, dass wir, wir gehen nach Sharelines rein, also sprich, wir befassen uns dann erstmal mit Sylvanas, wir befassen uns mit, ähm, dem Jailer, wir befassen uns mit den Ursprüngen, was weiß ich, ähm, von Titanen oder was wir auch immer da zu Gesicht bekommen. Wir werden ja auch wieder mit der Burning Legion zu tun haben, da zum Beispiel Frostmorn eben, ähm, dort gecraftet vorhin ist, also ist in dem wir sind dort, ähm, erstellt worden, innerhalb dieses Turmes, innerhalb von Torgast, so hat man gehört. Das heißt, wir kommen zurück, wir denken, oh, guck mal, wir haben das jetzt in dem Sinne alles geschafft, Sylvanas ist in irgendeiner Form besiegt worden oder, keine Ahnung, ist vielleicht irgendwie wieder zurückgeholt worden oder hat immer auf unserer Seite gekämpft oder was auch immer. Und wir kommen zurück, ja, also von der Storyline, so ein bisschen wie mit, ähm, mit, äh, Wars of Draenor, da kamen wir auch zurück und, ähm, Gul'dan war allerdings vorher schon da und auf einmal merken wir, oh, okay, eine SOS ist tatsächlich noch da und eine SOS ist in dem Form, in dem Sinne, in Form eines anderen großen Charakters da und in diesem Zusammenhang finde ich einfach, dass es sehr, sehr komisch ist, dass auf einmal innerhalb von kurzer Zeit Rathion wieder zurück ist. Wir haben seit gefühlt Jahren von dem nichts gehört und auf einmal, jetzt wo es, ähm, irgendwie um eine SOS geht, so nach dem Motto, yo, ähm, ich bin in dem Sinne für euch da, warum? naja, weil ich mich in dem Sinne daran räche, ähm, was eine SOS mit meinem Vater gemacht hat, so. Ist das nicht ein bisschen merkwürdig? Das passt doch eigentlich gar nicht zu dem Charakter, ein Charakter, der eigentlich immer sehr, ähm, sehr geheim gehalten worden ist und Blizzard hat ja eigentlich auch immer versucht, so ein bisschen auch irgendwie, ähm, ja, ihn eher so im Hintergrund zu präsentieren und nie so als der offensichtige Charakter. Kein Charakter, der so mit, ähm, Anduin spricht und der irgendwie für uns da ist und so weiter. Von daher, es würde irgendwie Sinn machen, wenn Blizzard mit Ration was vorhat und dass Ration in dem Sinne eben durch Nusos zum Beispiel korrumpiert wird. Aber wiederum kann es auch einfach so sein und da hat Piramance da extrem gut irgendwie hat gestern fünf Minuten in seinen Stream reinguckt, das war ja sehr spät und er hat ganz gut gesagt, es kann auch sein, sagt dem Motto, ähm, es kann auch sein, dass ich einfach, meinte er wortwörtlich, es kann auch sein, dass ich einfach ein Vollidiot bin und dass ich Sachen reininterpretiere und dass Blizzard einfach sagt so nach dem Motto, ja, keine Ahnung, irgendwie, wir wollen hier so den einfachsten Weg gehen und wir denken uns gar nicht so viel krass ist aus, wir wollen einfach, dass es ein nettes Gameplay ist und dass die Story einigermaßen passt und hier sind wir wieder bei Style over Substance, so nach dem Motto bei Game of Thrones Staffel 8, wir wollen, dass es geil aussieht, dass es geile Action gibt und dass es irgendwie am Ende ganz nett zu Ende gebracht wird, aber dass es am Ende sich wirklich episch anfühlt, dass du das Gefühl hast, irgendwie, da ist etwas seit Jahren aufgebaut worden, das ist am Ende ein Finale, was in dem Sinne hier eben auch dazu passt, das ist eben die große Gefahr und wir können uns auf Blizzard, was das angeht, leider nicht mehr so verlassen, weil sie eben in Battle for Azeroth eben storymäßig zu viele Fehler gemacht haben, sie haben zu viele eben Kleinigkeiten angesprochen und sie haben nie so einen roten Faden gehabt und aus diesem Grund glaube ich ja, dass auch Shadowlands genau eben hier wiederum mehr in Richtung Legion gehen wird, dass du eben wirklich etwas hast, was sowas wie der Bösewicht ist in Form des Jailers und dass eben genau das im Mittelpunkt steht und dass dieser Jailer zum Beispiel, ich, keine Ahnung, der wird uns in jedem Gebiet irgendwie, wird der uns treffen und wir werden immer wieder auf ihn stoßen und nach dem Motto, er wird uns immer wieder auslachen oder was auch immer und ich denke aber trotzdem, dass selbst wenn das mit der mythischen Phase nicht so ist, dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass Nesors jetzt einfach besiegt ist, ich finde, dass das Ende in Form eines Laserstrahls, das passt nicht zu der epischen Aufbauarbeit in den letzten Expansions. Also ich verstehe ja, dass Nesors in BFA selbst erst spät vorkommen sollte, weil Blizzard versuchen wollte, erstmal den Fokus eben auf diesen Krieg zu legen und so ein bisschen auch die Spielerschaft abzulenken und immer gesagt hat, nein, das ist keine Old Gods Expansion, das ist eigentlich eben genau diese Kriegskampagne. Das ist im Vordergrund und alles andere ist in dem Sinne für die späteren Jahre in dem Sinne angedacht. Aber die Gefahr, die ich sehe, und das ist leider einfach so, es kann auch einfach so sein, dass es genauso kommt wie bei Game of Thrones, dass Blizzard einfach, so blöd es klingt, diesen Shitstorm und dieses Gefühl der Spielerschaft oder vieler Spieler einfach auf sich nimmt und sagt, komm, es ist uns egal, wir bringen das Ding jetzt zu Ende, wir fokussieren uns auf Shadowlands und wir überlegen uns dann so nach dem Motto, was mit nach Shadowlands, was mit Nuzos ist. Vielleicht bringen wir ihn zurück, vielleicht auch nicht. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, was Blizzard letztlich eben daraus macht. Ich persönlich glaube, dass Blizzard hier definitiv aufpassen muss, denn wenn das tatsächlich das Ende der Expansion ist, dann verlieren sie auch viele Anhänger, die aufgrund der Geschichte vor allem an dem Spiel in dem Sinne noch Interesse haben. Denn jemand wie Pyramancer ist das beste Beispiel dafür. Der hat vorher geradet, der war unter den Top 500 oder Top 100 oder Top 50 Gilden der Welt, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall hat der sehr hoch geradet oder ziemlich hoch. Aber der hat in den letzten Jahren oder zumindest in BFA hat der sehr wenig gespielt. Und was hat ihn in dem Sinne immer dazu bewogen, wieder neue Videos aufzunehmen, immer wieder auf die Story einzugehen, das ist eben wie Blizzard versucht hat, innerhalb der Expansion selbst eben diese Geschichte unterzubringen. Und wenn das jetzt wegfällt, das heißt, wenn es ganz viele Leute gibt, die einfach das Gameplay nicht mehr mögen, und du hast jetzt noch Leute, die auch die Geschichte nicht mehr mögen, dann wird es für Blizzard langsam sehr, sehr schwierig, diesen Hype für Shadowlands aufzubauen. Ja, Shadowlands wird viele Leute zurückholen, aber wenn halt 8.3 tatsächlich so ein Ende darstellt, wie es im Moment zumindest auf den ersten Blick so aussieht, dann kann das auch definitiv schwierig werden im Hinblick auf Shadowlands. Weil jemand, der das Gefühl hat, Blizzard kümmert sich auch nicht mehr wirklich um die Geschichte, sie wollen einfach nur noch irgendwie das Ding zu Ende bringen, heißt also nur noch ein, zwei Expansions und dann ist das Ding durch, die glaube ich kommen so schnell auch nicht zurück. Von daher ist es eine ganz große Gefahr für Blizzard und von daher wird es eben super interessant, was in den nächsten Tagen passiert. Diese Mystic-Only-Phase glaube ich, ist glaube ich schon bestätigt worden, sie ist glaube ich sogar irgendwie auch im Journal schon zu sehen. Von daher ist die Frage, wie viel sehen wir davon? Bei Argus wiederum war es so, dass diese mythische Phase natürlich schon bedeutsam war, auch für die Geschichte, allerdings weiß ich nicht, ob sie wirklich Kanon war und bei zum Beispiel bei Archimonde, also beim Endboss von Wars of Drenor war es so, dass die mythische Phase glaube ich nicht Kanon war, weil da wurde er in dem Sinne ja im Twisting Nether ja besiegt, das heißt, da hätte er dann für immer in dem Sinne zerstört sein müssen und ich meine, sie hätten aber damals gesagt, so nach dem Motto, nein, wichtig ist das, was in dem Sinne außerhalb der mythischen Phase passiert, das ist in dem Sinne nur ein Zusatz, aber für die Geschichte selbst ist das nicht von Relevanz. Von daher warten wir mal ab. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass wenn der Shitstorm zu groß wird, dass Blizzard dann in dem Sinne sowas wie, ähm, ja, schnell, sowas wie eine schnelle Handlung durchführt, das könnte bedeuten, dass sie vielleicht sogar die Cinematic, die erst nach der Mythic-Only-Phase vielleicht kommen könnte, wobei das ist auch nicht sicher, aber sagen wir mal, es kommt noch eine, die komplett anders aussieht und wo wir eben sehen, dass eine SOS nicht besiegt ist, vielleicht sogar selbst nach dem Kampf überhaupt, ähm, dass das dann in dem Sinne dann eben dann vielleicht, ähm, einen wichtigen Hinweis gibt oder eben auch nicht. Wir werden es sehen, ich persönlich glaube aber, dass das, wie sie es präsentiert haben, das kann nicht das Ende sein, ich finde es zu plump, es sieht einfach, wenn man so möchte, es sieht zu, ähm, zu gerusht aus, eigentlich, es sieht danach aus, als hätten sie nicht mehr wirklich Interesse an ihrer eigenen Geschichte und das kann ich mir einfach nicht vorstellen, meinem Charakter wie eine SOS kann ich mir das nicht vorstellen und bei Game of Thrones hat man gesagt, so nach dem Motto, ja, der Lich King, äh, nicht der Lich King, der Night King, der Nachtkönig, der ist einfach nicht wichtig genug, der hat immer irgendwie, ähm, zwar eine gewisse Relevanz gehabt, aber aufs große Ganze gesehen ist ja einfach nur ein kleines Ding, aber hier zu sagen, dass eine SOS in dem Sinne auf das große Ganze keinen Einfluss hat oder nicht groß genug ist, das finde ich dann doch ein bisschen übertrieben, denn auch vielleicht, wenn er einer der kleinen oder vielleicht sogar der kleinste und unwichtigste oder schwächste Gott, alte Gott darstellt, er ist ja jetzt anlischt worden, er ist ja jetzt entfesselt worden und wenn ein solcher alter Gott, alter Gott in solch einer empowerhaften Version in dem Sinne, wenn der jetzt keine Bewandtnis mehr für die Story hat, dann weiß ich das auch nicht, von daher warten wir es ab, man kann sagen, wenn es so ausgeht, wie sie es jetzt präsentieren, es ist definitiv ein unglaublicher, es ist eine Enttäuschung, muss man einfach sagen, wie es ist, aber wir warten mal ab, inwieweit vielleicht dann doch gerade die großen YouTuber und die großen Streamer, die es mit der Story eben wirklich sehr gut auskennen, inwieweit die vielleicht dann noch irgendwelche weiteren Hinweise eben herausfinden und dass diese Hinweise wiederum einen in dem Sinne wieder ein bisschen zufriedener stellen, weil wir wissen, dass nach Shadowlands es eben in eine bestimmte Richtung gehen könnte und dass Nesos in dem Falle vielleicht jetzt erstmal Shadowlands abwartet und dann versucht eben, nachdem der Tod oder die Macht des Todes auch ähnlich wie bei der Burning Legion extrem eingeschränkt worden ist, extrem ja, vielleicht sogar verloren gegangen ist, dass er jetzt versucht irgendwie in Form einer Korrumpierung, einer weiteren Korrumpierung, so wie bei Neltarion zum Beispiel damals, wieder zurückzukommen und dass er dann versucht, in Form eines wahren Old God Expansion, also sprich, sowas wie eines Returns des wahren Black Empires, also des wahren Schwarzen Imperiums, dass er dann wirklich in voller Macht zurückkommt, aber ob wir uns darauf verlassen können, ist sehr, sehr fragwürdig, aber dadurch, dass Shadowlands eigentlich so von der jetzigen Thematik abweicht, finde ich, kann das bedeuten, dass er wiederkommt, es kann auch bedeuten, dass Blut einfach sagt, wir haben keinen Bock mehr auf die alten Götter, wir wollen da nichts mehr mit zu tun haben, wir wollen in der nächsten Expansion, wollen wir es mit dem alten Gott zu tun haben, mit dem Jada zu tun haben, mit Syvannas zu tun haben und letztlich mit dem Tod und danach wiederum in der Expansion darauf, dann geht es um die Leere und vielleicht in der letzten Expansion, das heißt, in der danach, geht es dann vielleicht letztlich um den kompletten Kampf zwischen dem Licht und der Leere oder wie auch immer, zwischen den Titanen und wie es auch immer, also sprich in dem ganz, ganz großen Kontext und ich glaube, dieser große Kontext, der wird eben dann wirklich das allerletzte Addon eben ausmachen und vielleicht werden wir in dem Sinne nicht im allerletzten, sondern im vorletzten Addon, werden wir eben genau eine SOS dann eben nochmal zu Gesicht bekommen. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass Blizzard für sich entschieden hat, wir haben einfach keine Lust mehr, uns weiter mit einer Thematik auseinanderzusetzen, die uns persönlich einfach nicht mehr interessiert, weil sonst hätten wir zum Beispiel sowas wie auch den Lichtkühl nicht zurückholen können, haben wir in der Form auch nicht gemacht, wir haben ja auch relativ schnell in dem Sinne uns mit jetzt wieder mit Sylvanas beschäftigt und da ja abwarten, Tee trinken, aber die nächsten Tage werden uns zeigen, wenn es so eine Art letztes wirkliches Cinematic gibt, dann bin ich sehr gespannt, was wir zu sehen bekommen, falls es das nicht geben wird, ich glaube, die Music-Only-Phase wird kommen und dann warten wir ab, was wir dort zu Gesicht bekommen, allein so eine Corrupted World Soul, Azeroth wäre halt der absolute Wahnsinn, sowas haben wir in der Form noch nie gesehen, ich bin mega gespannt, ich glaube nur, dass es nicht, egal ob es jetzt sich auf diese Szene mit Rathion bezieht, mit Xythas oder eben auf diesen Azerite Beam, ich glaube, egal was da gezeigt wird, nichts davon ist für uns, für die Zukunft von Azeroth und letztlich für das Universum, also für den Kampf gegen die Void, gegen die Leere eben, etwas, was uns zufrieden stimmt oder was uns irgendwie glücklich stimmt, weil was ich, und das ist jetzt der allerletzte Gedanke, was ich so komisch finde, ist, dass nach diesem letzten Cinematic, das heißt, nachdem Nesos in dem sie dann tot ist oder was auch immer, dann kommt man ja wohl zurück, wieder zu Magni und dann sagt Magni so, ja, ihr seid die Tollsten, ihr seid ein wahrer Held irgendwie, ihr seid, you are a true champion of Azeroth oder so, das ist so etwas wie, das ist einfach zu oberflächlich, das ist zu irgendwie offensichtlich gehalten, weil immer dann, wenn gesagt wird, ja, das ist genauso wie zum Beispiel bei Game of Thrones nach dem Motto, ja, geht in die Katakomben, da seid ihr sicher und kurz Zeit später sind genau die Katakomben in dem Sinne stellen genau diesen Bereich da, der eben angegriffen wird, der eben überhaupt nicht sicher ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass genau dieser Hinweis, jetzt ist alles gut und Azeroth ist befreit von den alten Göttern und so weiter, wie er das ausdrücklich sagt, ich glaube, das ist etwas, was zu offensichtlich ist und von daher glaube ich nicht, dass das wirklich dann das Ende für BfA in der Form darstellt. So, ich hoffe, ich war nicht zu schnell, aber ich habe jetzt auf jeden Fall alles untergebracht. Das war es dazu, das war also mein Spezial zu dem, zumindest aktuell, dem Ende für BfA. Falls es wirklich so kommt, ist es tatsächlich eine große Enttäuschung. Wir werden es abwarten müssen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.